Mein Name ist Erhard Lesacher, ich bin Leiter der Theologischen Kurse und ich freue mich über Ihr Interesse am Online-Kurs Glauben mit Herz und Hirn – Theologische Module. Warum heißt dieser Kurs mit Herz und Hirn? Der Glaube ist zunächst eine Herzenssache. Aber er sucht auch das Verstehen. Theologie vertieft und bereichert den Glauben. Und nur ein theologisch fundierter Glaube kann sich auch anderen verständlich machen. Dieser Online-Kurs bietet einen roten Faden durch die Theologie. Grundthemen des christlichen Glaubens kommen zur Sprache. Die biblischen Grundlagen, die Entwicklung des Glaubensverständnisses in der Geschichte bis heute, Konsequenzen für die Lebensgestaltung, die Geschichte der Kirche, aber auch der Blick auf andere Religionen. Theologie kompakt könnte man diesen Kurs nennen, im Unterschied zum zweijährigen theologischen Kurs, der natürlich viel mehr in die Tiefe geht. Glauben mit Herz und Hirn ist in acht Module gegliedert, wobei Sie diese Module auch einzeln besuchen können. Es ist ein asynchroner Kurs. Asynchron heißt, Sie erhalten Module mit jeweils drei Lektionen, die Sie online zeitlich unabhängig, natürlich auch räumlich unabhängig selbst bearbeiten können. Diese Module enthalten Videos, die die Vortragenden voraufgezeichnet haben. Sie enthalten Anleitungen zur Vertiefung und anhand zentraler Texte. Abschließend haben Sie in jedem Modul die Möglichkeit, an einem Online-Meeting teilzunehmen, in dem es dann primär um Ihre Fragen geht. Diese können Sie auch bereits im Vorfeld per Mail übermitteln. Ich hoffe, Ihre Neugierde am Online-Kurs Glauben mit Herz und Hirn – Theologischen Module geweckt zu haben.